In einer Welt, die sich immer schneller dreht, braucht es mehr als nur Pünktlichkeit. Es braucht ständigen Fortschritt, Dynamik und den Mut, sich permanent neu zu erfinden. Es reicht nicht aus, etwas nachzumachen. Wir machen es vor, gehen voran, packen an. Wir denken, dass Know-how nicht heißt, an dem, was immer war, festzuhalten, sondern Neues dazuzulernen. Denn nur wer sein Wissen stetig erweitert und Bestehendes infrage stellt, kann neue Ideen entwickeln. Das ist der Grund, warum wir seit 40 Jahren Waren transportieren, sequenzieren, montieren, umschlagen und just in time liefern. Und das ist der Grund, warum wir von der Logistikimmobilie bis hin zur Software alles selbst entwickeln. Wir geben uns nicht mit dem zufrieden, was wir schon können. Wir gehen immer einen Schritt weiter. Denn das ist unser Mehrwert.